Bist du begeisterungsfähig? Du fragst mich, ob ich begeisterungsfähig bin? Das ist, glaube ich, ein Understatement, wenn ich sagen würde, ich bin begeisterungsfähig. Ich habe heute Morgen gedacht, die Euphorie spielt auch eine große Rolle in meinem Leben. Also Begeisterung ist eigentlich, ich kann mich wirklich für sehr viele Dinge begeistern, muss ich sagen. Was würdest du machen, wenn du drei Menschen frei hättest? Wenn ich drei Wünsche frei hätte, drei Wünsche frei. Ja, heute Morgen habe ich tatsächlich genau darüber nachgedacht. Naja, also ganz ehrlich, das Erste, was ich immer sagen würde, ist, ich möchte mit mir einfach noch viel mehr mit mir und näher und enger und toller mit mir sein. Obwohl ich finde, das ist schon schön und so, aber ich merke immer, wenn ich einen Wunsch nur frei hätte, würde ich sagen, ich möchte wirklich auf allen Ebenen und in allem, was ich bin und habe, mein aller, aller bester, bester Freund sein. Und das ist natürlich, manchmal bin ich es nicht. Aber das wäre schön, ich würde mich, das immer, immer, immer wäre. Kommt ja dran arbeiten. Akzeptieren, alles, was ich bin und was ich, was ich mache, so hundert Prozent akzeptieren. Und immer so nett zu mir sein, wie eine Mutter zu ihrem Kind idealerweise nett wäre. Das ist so mein großer Wunsch. Aber es ist auch so, das habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass man sich eigentlich nie böse ist für Sachen, die man tut. Also man bereut nur Sachen, die man nicht getan hat. Nicht die, die man getan hat. Naja, ich bereue schon. Okay. Was ist das für dich? Also ich bereue schon manchmal Dinge. Ich bin manchmal, eben weil ich auch begeisterungsfähig und euphorisch bin, das ist viel besser geworden. Aber früher war ich oft dann sehr, auch sehr, bah, wenn ich eine Meinung hatte, dann habe ich die immer gesagt. Und auch vehement und da kann man auch Menschen mit vergraulen. Das habe ich gelernt in der Zwischenzeit, aber so noch vor zehn Jahren oder so war ich dann wirklich manchmal echt bollerig, würde ich sagen. Und das ist, wenn ich heute schon denke, mei, warum hast du das gemacht? Du hättest, hättest, aber Diplomatie kommt mit dem Alter, glaube ich.